Die schwarze Rhaela führte die Königin und deren Gefolge über steile Wege nach Marrakan, der Heimat der Zwerge. Dort warteten jedoch nicht nur schneebedeckte Gipfel auf sie. Rhaela, du bringst Fremde! Gabor, darf ich vorstellen? Maeve, Königin Lyriens und Rivians. Ah, eine Königin. Alle Wetter. Tja, also. Ein großer Schatten strich über den Himmel. Der Zwerg sparte sich den Rest der Begrüßung und alle blickten hinauf zu dem Drachen, der zügig auf den Karbonberg zuhielt. Keltulus, keine Pange. Er stellt keine Bedrohung für uns dar. Der Zwerg hatte die Stille sanft durchbrochen. Ihm war der ungewöhnliche Anblick vertraut. Und nun? Den Platz, bevor der Eintopf kalt wird. Ich? Aber... Wieso? Drache? Verdammtes Wunder, nicht wahr? Man bedauert fast, dass die Echsen aussterben. Solltest du nicht um deinesgleichen besorgt sein? Die Kreatur setzt doch ganz Mahakam in Flammen. Ha, Keltulus hat doch seit Jahrhunderten keiner Zwergenseele was getan. Majestät, wollt ihr kosten? Nein, danke. Ich weiß das natürlich zu schätzen, guter Zwerg. Ach, nennt mich einfach Gabor, bitte. Bin entzückt, euch kennenzulernen. Gabor hier gehört zu Mahakams Honoration. Er stammt aus einem der führenden Clans, den Cigrins. Sonst wäre er auch nicht der Fremdenführer für wichtige Gäste wie uns. Ein Vergnügen. Wie gesagt, danke für die Gastfreundschaft, aber ich habe keine Zeit zu schmausen. Ich muss mit eurem Herrscher reden. Sofort. Hm, nichts für ungut, aber unser ältester Bruvahook ist nicht sehr gesellig. Vor allem nicht bei Menschen. Nicht mal bei denen mit Krone. Aber vielleicht könnte ich, falls ihr einen Brief schreiben würdet. Ihre Majestät für Demavents Siegel. Offiziell. Ah, na, das ist was anderes. Wir lassen nicht viele Menschen nach Mahakam. Aus gutem Grund. Wer durch das zweite Tor darf, muss eine Augenbinde tragen, nachdem er seine Waffen beim ersten Tor abgegeben hat. Aber ihr habt den Bleiring, den euresgleichen als Beweis der Freundschaft trägt. So ist klar, dass wir euch als eine von uns behandeln können. Der Älteste sieht gerade bei seinen Schäfchen nach dem Rechten. Kommt, am besten sprecht ihr sofort mit ihm. Der Zwerg war zwar deutlich kleiner als die lyrischen Infanteristen, bewegte sich aber mit Leichtigkeit durch den Schnee, der ihm bis zur Hüfte reichte. Die anderen rutschten und stolperten hinter ihm her. Mewe und Reila blieben zurück, um ein privates Wort zu wechseln. Reila, deine Hilfe war ein unerwarteter Schatz. Majestät, es ist eine Ehre, Seite an Seite mit jemandem zu kämpfen, der so mutig ist wie ihr. Das weiß ich zu schätzen. Ich sollte euch auf Befehl Demavents nach Mahakam bringen. Was danach meine Pflichten sein würden, erfuhr ich nicht. Ich werde also eurer Majestät dienen, bis eine versiegelte Schriftrolle mit neuen Befehlen eintrifft. Ich bin froh, Reila. Ich kann derzeit auf keine Hilfe verzichten. Erst recht nicht auf deine. Ich bin geehrt, Majestät. Ziehen wir weiter. Ich bin sehr neugierig auf diesen ältesten Bruberhoog. Herrin, ich habe eine Nachricht für euch. Ich bin sehr neugierig auf dem Weg. Ich bin sehr neugierig auf dem Weg. Ich bin sehr neugierig auf Tage. Ich kann das auch nicht MAC nienen. Ich habe eine Achte. Ich bin so schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Isbel? Verzeiht, ich war in Gedanken. Braucht ihr etwas? Du wirkst unruhig, seit wir Erdörn verlassen haben. Stimmt etwas nicht? Ich habe schon viele Kriege erlebt. Alle waren sie hässlich. Aber was die kaiserliche Armee in Aldersberg getan hat, unverzeihlich. Es ist ihre Art, Isbel. Sie wollen das Massaker von Zintra wiederholen. Ja, ich war dort. Und in Sodden. Dann weißt du, wozu sie fähig sind. Nach Sodden schwor ich mir, nie wieder an einem Krieg teilzunehmen. Dieses Leid, dieser Hass, so viele sinnlose Tote. Sinnlose Tote? Unsere Leute haben sich geopfert, um ihre Heimat und ihre Lieben zu verteidigen. Ich will glauben, dass es einen besseren Weg gibt. Verzeiht, Herrin. Ich muss meine Gedanken sammeln. Aber keine Sorge. Ich werde meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du hast vorhin erwähnt, viel mit meinen Soldaten gesprochen zu haben. Ich möchte mehr darüber hören. Hm. Kennt ihr den gefreiten Larkin, Herrin? Oder Hauptmann Eusin? Oder Zenturio Tagan? Natürlich. Sie gehören zu meinen besten Männern und haben mir viele Jahre lang treu gedient. Wusstet ihr, dass der Gefreite eine neugeborene Tochter zurückgelassen hat, als er mit euch aufbrach? Seine Frau lag in den Wehen, als der Marschbefehl kam. Er hat die Kleine noch gar nicht gesehen. Der Hauptmann hat keine eigene Familie. Aber seinen Bruder hat er seit fünf Jahren nicht gesehen, weil er nie Urlaub nehmen kann. Die Befehle eures Generals Odo waren immer zu wichtig. Lass mich raten. Tagan wiederum hat seine kranke Mutter wegen mir im Stich gelassen? Nein, Herrin. Die Familie des Zenturios wurde von Graf Coltwells Männern als Vergeltung für seine Beteiligung an eurer Rebellion ermordet. Er hat es erst neulich erfahren. Genug. Ich habe verstanden, was du meinst. Allerdings würden sie nicht mal auf meinen Befehl heimkehren. Sie wissen, solange Nilfgaard ihr Land besetzt, können sie nicht heimgehen. Ich muss los, natürlich. Ja, Hoheit? Wie läuft es, René? Verstehst du dich mit Gascon? Tja, sagen wir, wir haben uns auf einen gewissen Modus operandi geeinigt, Hoheit. Ach ja? Ich lasse ihn in Ruhe und er mich. Mir wäre es lieber, ihr würdet enger zusammenarbeiten. Hoheit! Er ist ein Räuber, ohne Moral. Ach, René. Er war ein Räuber. Ich muss leider widersprechen. Er mag vorübergehend ehrlich geworden sein, aber auch nur, weil es ihm gelegen kommt. Gascon hat sich nicht verändert. Er hat kein Quäntchen Ehre, Würde oder... Dafür eine Einheit bewaffneter Männer, ohne die wir vielleicht nicht überleben. Das stimmt. Ich gebe zu, dass die Streuner großartige Kämpfer sind. Ich fürchte nur, dass sie uns irgendwann an die Kehle gehen werden. Ich muss nun gehen. Wie geht's meiner Lieblingskönigin im Norden? Wie kommst du mit René zurecht? Wie Hund und Katz. Verstanden? Man nennt mich ja... Schon klar. Deine Scherze sind zwar verständlich, aber nicht gerade lustig. Sicher nur für dich. Kriege ich auch eine Antwort? Wir kommen klar, weil wir müssen. Auch wenn er sich ruhig mal den Stock aus dem Hintern ziehen könnte. Erzähl mir davon. Was war das? Nichts, nichts. Zeit zu gehen. Majestät, ich muss mit dem Quartiermeister reden. Ich krieg die Ziegenpisse nicht runter, die er ausschenkt. Nun, René mag es nicht, wenn die Männer zu viel trinken. Vergebt, Herrin. René sollte sich mal den Stock aus dem Arsch ziehen. Ich hätte einen Vorschlag. Ich könnte eine Ladung des besten Zwergenmähs und Zwergenbiers beschaffen. Die Moral eurer Männer wird wunderbar sein, wenn sie sich mal die Bäuche wärmen können. Hm, da ist was dran. Na schön, nur zu. Oh, danke, liebe Königin. Ich war schon kurz davor, aus Pfützen zu saufen. Du kümmerst dich um die Details? Ja, natürlich. Ach, wenn ihr wüsstet, wie glücklich ihr mich gemacht habt. Und die Männer natürlich auch. Du gehörst zum Zygrin-Clan. Einer von euch hat Okwes den Drachen erschlagen, nicht wahr? Ja, das war Jaapen, ein Cousin meines Cousins. Er hat Mahakam verlassen, als ich noch klein war. Er ist ein anständiger Zwerg. Aber unsere Gesetze und Regeln haben ihm nie gefallen. Wobei wir so viele davon haben, dass sie einem wirklich zum Hals raushängen können. Sind sie denn so schlimm? Sagen wir so. Bei den Menschen ist es nicht erlaubt zu stehlen, zu morden und so weiter. Und manchmal kommt ihr damit durch. In Mahakam wird einem sogar vorgeschrieben, wie man sich den Bart zu flechten hat. Ansonsten kann ich mich nicht beschweren. Die Zygrins sind ein angesehener Clan. Auch wenn ich manchmal zweifle. Woran zweifelst du? Ach, das ist eurer Zeit nicht würdig. Ich wollte euch nicht aufhalten. Ohnehin bespricht man derlei besser bei einem kühlen Tropfen. Ich will mehr über euren Ältesten wissen. Was kannst du mir über ihn erzählen? Er ist ein zäher Bastard. Stur wie ein Esel. Das werdet ihr bald erfahren. Ansonsten ist er nicht so schlimm, wie manche sagen. Er hält seit 200 Jahren die Clans in Schach. Und das will schon was heißen. Und seitdem gibt es keine Konflikte mehr zwischen ihnen? Ihr scherzt. Sie gehen sich dauernd an die Gurgeln. Die Breckenrecks hassen die Chiwais. Die Dahlbergs können die Hochs nicht leiden. Und wir... Wir hassen die neunmal verfluchten Fuchses. Aber Bruva hält den Laden irgendwie zusammen. Ohne ihn wäre Mahakam vermutlich längst zerfallen. Warum? Vor 150 Jahren, als die Elfen noch ihren hoffnungslosen Krieg mit euren Leuten fochten, ließ der älteste Mahakam abriegeln. Anderenfalls wäre es uns wie den Elfen ergangen. So warteten wir das Schlimmste ab, bis es wieder sicher war, den Pass zu öffnen und sich rauszuwagen. Ich entsinne mich. Die Wirtschaft von Rivian hat sich davon nicht erholt. Bei allem Respekt, euer Gnaden. Eure Werkstätten taugen nichts. Es ist nicht unsere Schuld, wenn die Leute lieber Zwergenware kaufen. Marktprinzip. Danke für die Informationen, Gabor. Wir sprechen später weiter. Soll mir recht sein. Ja, Herrin? Wolltest du nicht mit deinem König gehen, Xavier? Nein, ich will lieber an der Front kämpfen, Herrin. Mit euch. Und deine Heimat? Rosberg braucht Ingenieure für den Aufbau. Ich habe in Rosberg niemanden mehr. Nur noch Rache. Ich verstehe. Ich habe noch andere. Wie ihr wünscht. Ja. Demerwenzgrund, Aldersberg so erbittert zu verteidigen, hat mich überrascht. Mich nicht. Der König besuchte das Bordell jedes Mal, wenn wir in Aldersberg waren. Und das war oft. Ich habe ihm gesagt, dass irgendwann ein Mädchen von seiner Schlange gebissen würde. Er wollte nicht hören. Tja, ich sehe, dass du sehr viel Einblick in Demerwenz Privatleben hattest. Er hatte keine andere Wahl. Ich war seine Leibwächterin. Ich habe ihn immer begleitet. Und habe alles gesehen. Mein König genießt die Freuden des Lebens. Aber es hat seine Fähigkeit, sein Reich zu regieren, nicht beeinträchtigt. Raila, darf ich dich etwas Persönliches fragen? Ihr dürft, Herren. Aber ich weiß nicht, ob ich antworte. Nun, Nilfgaard hat mein Reich angegriffen, meine Krone geraubt, mein Volk ermordet und mein Sohn gegen mich aufgebracht. Und doch ist mein Hass nichts gegen deine Leidenschaft, jeden Skoyatell zu töten. Ich habe eure Frage nicht gehört, Herrin. Was haben sie dir angetan, Raila? Was hat dich zu der gemacht, die du bist? Ihr wisst ja, dass Elfen und Menschen Nachwuchs zeugen können. Meine Mutter war eine Elfin. Das macht mich zu einer Halbelfin. Wir lebten in einem Dorf und jeder kannte meine Familie. Sie haben mich misshandelt, geschlagen, gespuckt. Und warum? Weil sie Angst vor den Eichhörnchen hatten. Sie waren machtlos, sich zu verteidigen. Daher ließen sie ihre Angst und Scham an mir aus. Die Skoyatell sehen überall Hass und Schrecken. Und nichts wird sich ändern, solange ihre erbärmliche Rebellion weitergeht. Ich muss los. Herrin. Leb wohl, Eik. Untertitelung des Z fillingp fest. Untertitelung. BR 2018 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 Das war's. 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 Ich brauche ein Ziel. Ich hätte auf meine Alte hören sollen. Achtung, es schreit auf uns zu! Hm, was jetzt? Schütze zu Diensten! Also ich verlange eine Erklärung. Als das Gebrüll der aufgespießten Glumare verklungen war, teilte sich die Mahakama-Infanterie. Ein Zwerg trat vor, grau wie ein Schneefuchs, runzlig wie eine Trockenpflaume. Er ging mühsam und stützte sich auf seine bluttriefende Kampf-Axt. Das ist unser Ältester, Bruva Hoog. Und wer sind die, Gabor? Meve, Königin Lyriens und Riviens, mit ihrem Gefolge. Sei gegrüßt, Ältester, ich... Du willst was. Geld wäre mein erster Tipp. Kämpfer sind mein Zweiter. Was ist es? Ich bin alt, aber nicht dumm. Ach, ihr Menschen. Die Zwerge fallen euch immer erst in letzter Not ein. Ich habe ein Anliegen, das kann ich nicht leugnen. Aber hör mich an und du wirst sehen... Waffen? Gabor, warum zum Teufel hast du sie so eingelassen? Und auch noch ohne Augenbinde? Sie hat den Bleiring, Ältester. Ein Geschenk von König. Von dem Erwind, Mädel, das weiß ich schon. Vertrau einem Mensch, gib ihm etwas Wertvolles... Und er gibt es weg wie eine Hafenhur ihre Stumpfhalter. Dass er ihn nicht gleich versetzt hat. Pah, Menschensohn. Ich bin weit gereist, um dich zu sehen. Bitte hör mich an. Wenn's sein muss, dann quassel mal los. Nylfgard hat meine Reiche überrannt. Es hat Edirn überrannt. Die Schwarzkittel stehen vor Mahakam. Früher oder später überrennen sie auch euer Land. Wir müssen handeln. Lass uns gemeinsam reagieren, solange noch Zeit ist. Zeit? Was weißt denn du von Zeit, Mädel? Wie viele Länze zählst du? 40? Wärst du als Zwergin aufgewachsen, würdest du in deinem Alter Puppen häkeln und sonst gar nichts. Ich habe über 400 Länze gesehen. Ältester bin ich seit 200. Weißt du, was ich in der Zeit gelernt habe? Es ist niemals eine gute Idee, sich um eure beknackten Streitereien zu kümmern. Normalerweise hätte ich euch alle hochkant wieder rausgeworfen aus dem Land, das ich liebe. Aber du hast den Bleiring, der dir Gastfreundschaft gewährt. Und in Mahakam sind Recht und Gesetz heilig. Du darfst im Pass bleiben, solange du willst. Der junge Zegrin führt euch herum. Wenn du die Berge leid bist, na, den Weg ins Tal kennst du ja. Leb wohl. Ältester, bei allem Respekt. Wir kamen euch zur Hilfe, haben die Bestien mit euch erschlagen und… Und wer zum Teufel ist das? Graf Renard Odo. Odo, Lodo, Bodo. Pah! Jetzt hör mir genau zu. Ich habe nicht um Hilfe gebeten. Und warum nicht? Weil ich Würde habe. Anders als manche. Jungs, Mädels, das war der Frühjahrsputz. Die Keulerei ist beendet. Der Karbonberg ruft. Folgt mir. Majestät, Kopf hoch. Wir finden einen Weg. Ja, das werden wir. Auch wenn mir nicht klar ist, wie. Wir können uns an niemanden sonst wenden. Und nirgendwohin sonst fliehen. Lasst uns einen Rat einberufen, Majestät. Überlegen wir gemeinsam, was zu tun ist. Wir haben noch Redanien, Temä… Majestät, habt ihr einen kurzen Moment? Lasst uns reden. Entschuldige mich, Renard. Nun, worum geht es? Ich weiß. Der Älteste macht nicht den besten ersten Eindruck. Tch. Ist der Zweite denn besser? Offen gesagt, nein. Lasst es mich anders sagen. Es ist noch nicht alles verloren. Bruva ist ein sturer Bock, aber man kann ihn überreden. Und ich weiß zufällig, wie. Na gut, ich bin ganz ohr. Was müssten wir denn tun, damit Bruva Hoog uns hilft? Hm, das sind zunächst diese Bestien. Sie sind uns ein größerer Dorn im Fleisch, als man meinen sollte. Auf unserer Suche nach Gold haben wir tief geschirft. Zu tief. Bis in Abgründe, in denen Monster geboren werden. Falls sie geboren werden. Sobald es warm wird, kommen sie zum Fressen raus. Es werden jedes Jahr mehr. Dieser Frühjahrsputz erledigt nur das Nötigste. Er packt das Übel nicht an der Wurzel. Wir töten im Frühling genügend, um einigermaßen Leben und Handel und Bergbau treiben zu können. Aber in den oberen Tälern lauern noch viel mehr. So viele, dass wir die Siedlungen dort aufgeben mussten. Mir ist immer noch nicht klar, was das für mich und Bruva heißt. Majestät, erschlagt die Bestien samt und sonders. Dann gewinnt ihr das Herz der Clans. Aller Clans. Und dann wird dem Ältesten keine Wahl bleiben. Er wird euch zuhören und für voll nehmen. Es gibt zwei Orte, an denen die Bestien besonders zahlreich sind. Davos Abgrund und eine verlassene Untergrundsiedlung namens Boros Rumpf. Er schlagt sie. Lasst die Tunnel einstürzen. Fertig. Und das würde reichen? Ich glaube schon. Aber wenn ihr andere Wege findet, das Herz eines Clans oder von Bruva selbst zu gewinnen, kann das nicht schaden. Hm. Klingt mühselig. Aber immer noch besser als ein weiterer verlorener Monat auf der Suche nach einem Hof, der uns erst willkommen heißt und dann abweist. Ich danke dir, Gabor. Du hast mir eine Möglichkeit aufgezeigt. Also gut. Überlegen wir, wie wir diesen Bestien beikommen. Gabor Wohnen Untertitelung. BR 2018 Mir scheint, euer Ältester ist nicht allzu erpicht auf Gäste. Erpicht auf Gäste? Im Gegenteil, er hasst sie leidenschaftlich. Aber ihr habt Glück. Wieso das? Er hat euch reingelassen, nicht wahr? Mahakam war der Außenwelt jahrelang komplett verschlossen. Die Clans haben Bruver gezwungen, wenigstens Händler und Emissäre reinzulassen. Er hat sich lange dagegen gesträubt. Ruhe, wein! Du verschweißt die Fische! Ich hatte gerade einen Duffelschein, einen Duffelschein! Untertitelung. BR 2018 Das war das Problem. Ja! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! 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 Ah, ah! Hier ist kein Platz für Leute wie mich. Ich hätte auf meine Alte hören sollen. Schütze zu diensten. Wer oder sie, keine Alternative. Rüstung wird ihnen nicht helfen. Rüstung Diese Ernte gibt es Schwarzkittelköpfe. Verliert nicht den Kopf. Fuck jetzt. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Lieder und Lieder und Lieder. Lyrion! Mein Geist ist willig, aber diese blöden Stiefel. Die Armee ist kein Platz für Leute wie mich. Es gibt eine Zeit zum Ernten, zum Säen und zum Sterben. Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Bist du verrückt? Nicht schütteln! Ihre Majestät ist außergewöhnlich. Ach Scheiß! In twee! In twee! Und wieder an die Front! 아요, rechts! Sinnen! In vierhUND! ém Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nichts für ungut, aber riewisch. Ihr Ältester ist etwa... Die Zwerge verlangen... 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 Die Zwerge... Die Zwerge verlangen... Die Zwerge verlangen...